Social Media ist eine Explosion an Kreativität und das ist überhaupt nicht gehorchelt, sondern das ist tatsächlich was, was ich faszinierend und echt und toll finde. Man kann sich selbst komplett ausleben und sagen und zeigen, für was man steht, was einen inspiriert und einen erfüllt und das finde ich wahnsinnig schön, dass man so viele verschiedene Charaktere eben miteinander vernetzt. Es juckt nicht, wo du herkommst, was deine Vergangenheit ist. Die Leute sehen nur das, was du den Leuten gibst. Da brauchst du kein riesiges Haus, kein dickes Auto, um irgendwie was zu reißen. Ich sage doch jedes Mal wieder, Social Media ist eine gute Sache, wenn man die mit Respekt behandelt. Amen. Musik Gewillா